Hallo, ich bin Henrik Borgwock und ein Geschäftsführer der Copro Technology GmbH. Wir machen Mobilität im wahrsten Sinne des Wortes leichter. Die Copro Technology GmbH ist ein Spin-off des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und beschäftigt sich mit der Herstellung von Faserverbundbauteilen. Mit unserer patentierten Copro Technology kann man Faserverbundbauteile zum Beispiel aus Carbon wesentlich effizienter herstellen als das bisher Stand der Technik ist. Und das Ganze made in Germany. Es ist die Kombination aus einem automatisierten, kontinuierlich arbeitenden Fertigungsprozess, einem besonderen Fasermaterial und unserem langjährigen Know-how bei der Entwicklung und dem Bau von Faserverbundbauteilen, was uns besonders macht. Diese Punkte sind die Grundlage für unser erstes eigenentwickeltes und designtes Produkt. Unsere Copro Lilienthal Mountainbike Felge. Mit ihren 29 Zoll und ihrer 30er Maulweite bringt sie nur 495 Gramm auf die Waage. Unsere Carbon Felge ist sehr robust ausgelegt und eignet sich besonders im All-Mountain- und EMTB-Bereich. In allererster Linie profitiert der Fahrer von dem geringen Gericht unserer Felge, der Langlebigkeit und der Robustheit. Aber auch die einzigartige Optik unserer Felge zeigt die Unverwechselbarkeit ihrer Herkunft aus Niedersachsen. Nicht zuletzt profitiert aber auch die Umwelt. Dadurch, dass wir in Niedersachsen fertigen können, reduzieren wir die Emissionen durch den kürzeren Transportweg zu unseren Kunden.